Servus, liebe nette YouTube-Gemeinde! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich wirklich sehr, altes Tor, Eingangstor wird restauriert und heute geht es darum, der zweite Flügel wird auch ein wenig auf Vordermann gebracht. Schön, dass ihr da seid. Jetzt fräsen wir einen Zapfmann. Ich habe das hier mit der Schlittscheibe abgefräst, abgeplattet, damit es ein Zapfen wird. Hier das untere Teil muss ich auch wegschneiden, das ist leider zu beschädigt und ich werde auch beim aufrechten Fries den unteren Teil ersetzen müssen und das Halderfries, ich habe das jetzt schon beschlossen, ich werde das so machen. Mit der Schlittscheibe das wegfräsen, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Jetzt schneide ich hier dieses Teil hier weg, das sind 8 cm und leime das hier daran und das schneide ich heraus. Es ist ein Federzapfen, also ich schneide das heraus, ich stelle die Feder her, genau. Jetzt habe ich mich, glaube ich, noch sehr gut aus dieser Situation retten können. Ich stelle hier, das habe ich mir schon abgemessen, 12,5 cm ein. Bei der Fräse mache ich zu, bei der Tischkreissäge mache ich auf, die Türe mache ich auf, hoffentlich nicht mehr lange. Erst dem Grund, weil ich will mir die Absaugung jetzt doch in einen Raum stellen, damit die warme Luft wieder zurückkommt. Und jetzt habe ich mir zuvor ein Winkelzeichen hergemacht. Hier, das ist nicht hundertprozentig noch, aber mir ist es recht, dass es noch ein wenig nach vorschaut. Das kann ich dann absetzen. So war das für original. Hier hat der Zapfen 8 mm, hier auch 8. Das heißt, ich reiße mir hier das an, überwinkele ich das. Hier dasselbe. Ich habe das hier als Anschlag genommen. So genau ist das nicht, da kommt ein Keil ja später hinein. So und die Feder hat 8 mm und hier noch weniger. Ich schneide die Feder hier 8 und hier lieber arbeite ich nach. Ich will, dass das schön dicht wieder ist. Jetzt kommt das hier weg und das hier weg. Und hier kann man sehen, das bleibt stehen. Das wird hier dann hier verleihen. Und es ist wieder hergestellt. Natürlich ist es so nicht optimal. Es war eingespannt gewesen, denn die Bankhaken drücken mir den Schnitt zu und erschweren mir dadurch die Sägeführung. Also sie klemmen mir das Blatt ein. Aber ich muss manchmal auch was zeigen, was nicht so korrekt ist, dass man sieht, dass ich Fehler mache. Okay, die ist noch falsch eingestellt. Ich habe letztens Faustsägen trainiert. Faustsägen hat man lange Bretter hierher gespannt und hat sie quasi besäumt. Und so stelle ich das Blatt ein. Ich schaue da hier durch und wenn das Blatt gerade ist, dann weiß ich, die Säge kann schneiden. Das ist natürlich auch nicht optimal, wenn man das Teil so weit herausschauen lässt. Es brellt sehr stark. Aber hier Bleistiftstrich, halbe bleibt stehen. Ich habe das jetzt schon angeleimt, dass das ein wenig ziehen kann. Ich habe gesehen, dass die Teile nicht bündig sind. Also ich habe hier an einer Stelle gemessen, die die dünnste war. Also es ist besser, immer an mehreren Stellen zu messen. Jetzt ist es, wie es ist. Kein Problem eigentlich. Jetzt habe ich unten ein Furnier beigelegt, damit ich das ausgleiche. So, jetzt lege ich mir das her. Schau, dass ich halbwegs bündig bin. Den wenigen Vorstand links und rechts teile ich mir auf. Hier eine Zulage und hier setze ich mal mittig an. Hier drückt sie jetzt keinen Leim heraus, aber das wird schon passen. Dann will ich das noch ansetzen. Das mache ich hier auch, damit der Zapfen auch zusammenhält. Das Teil, das ich bei dem, was wir gerade geleimt haben, unten weggeschnitten haben, habe ich gerade einen Querschnitt durchgemacht, damit man das sieht. Also hier sieht man, das war der obere Teil und das war unten. Und hier ist es ein, zwei Zentimeter hinein, ist es wirklich schon morsch. Und hier wird es wieder gesund. Also wir haben das perfekt abgeschnitten. Ich hätte es eigentlich noch kürzer auch nehmen können von diesem Schaden her, aber vom Schaden der Zapfen her war es so schon optimal gewählt. Das wird natürlich verbrannt. Jetzt träume ich hier ein wenig ab und jetzt schleife ich alle Teile. Und bei diesem Teil, das noch in der Mitte aufgeschnitten wird und neu eingeleimt wird, das werde ich mir irgendwann die Woche herstellen. Denn ich muss diese Woche was abrichten und hobeln und dann brauche ich nicht extra die Maschine umstellen. Ich habe keinen Stress. Es ist ja egal, wenn das fertig wird. Denn wie gesagt, ich muss ja diese Teile erst streichen. Das werde ich danach anfangen, nach dem Schleifen. Und die Farbe, diese Leinölfarbe braucht sowieso ewig, bis sie trocken wird. Also ich habe mit diesen Teilen ersetzen jetzt keinen Stress. Ich hätte das natürlich logistisch noch besser angehen können, wenn ich gleich angefangen hätte zu streichen. Die Teile, die arbeiten quasi, die wie eine Füllung fungieren. Aber ich wusste ja nicht genau, was alles kaputt ist. Jetzt weiß ich schon. So, jetzt räume ich hier ein wenig ab. Also dieser Kabelsalat ist nun mal schrecklich. Aber einen Atemschleifer kann man auch wieder komplett vergessen. Der hat nicht das, das ich brauche. So bräge ich das Kabel wieder aus. Dann habe ich weniger Spannung auf der Maschine. Das schont das Handgelenk. Apropos, dieses Teil brauche ich nicht mehr. Dieses Teil hätte ich noch. Das könnte ich auch bei diesem aufrechten Fries quasi anleimen. Aber hier ist ein Ast. Und dieser Ast genau hat einen Knick verursacht. Wenn ihr jetzt durchschaut. Das könnt ihr, glaube ich, nicht sehr gut sehen. Diesen Knick will ich nicht. Eine rutschfeste Unterlage. Jetzt wollte ich entspannt schleifen. War bei dieser Schlagleiste, wenn die Türe zufallen, der Anschlag. Dieses Teil wäre hier oben ganz morsch. Und jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich euch auch zeigen. Eine Längsverbindung. Es wäre zwar noch wurmstichig, aber es ist stabil genug. Natürlich wäre es sinnvoller. Ich hätte gleich die ganze Leiste neu gemacht. Wäre auch fast einfacher gewesen. Aber ich will so viel erhalten, als möglich. Und hier diese Längsverleimung. Wenn ich hier jetzt einfach nur eine Ecke 90 Grad herausgeschnitten hätte, wäre am Hirn keine stabile Verleimung. Und wenn sich dann das Holz ein wenig dreht, wäre dieser Stoß nicht optimal. Daher verleimt man dann so mit einem Schrägschnitt. Der durch das Decken gestrichen wird. Durch diese Schräge sieht man es dann auch durch den deckenden Anstrich noch weniger. Das drückt sich ja dann sowieso gerade. Aber ich will hier ein wenig Vorstand. Dann nimmt man sich da einfach eine Zwinge, zieht das hier ordentlich an. Dann hängt man hier mit der Zwinge ein und kann sich das noch reindrücken. Hier noch eine Zwinge anzusetzen, dass das wirklich nicht rutschen kann. Dass es sich fest anhält quasi an die Leiste. Und jetzt kann ich das hier richtig hier reindrücken und ich bin hier vorne ganz schön dicht. Beim Schleifen kommen einem natürlich auch zwischendurch so Risse unter. Die fülle ich einfach mit Leim, setze eine Zwinge an, lege sie in die Ofennähe, lasse sie ein wenig antrocknen. Ich kann euch hier dazu gleich eines zeigen. Das war jetzt so ein Teil. Hier war ein Riss. Das habe ich einfach geleimt. Und hier sehe ich jetzt auch ein Riss. Da brauche ich so eine Zwinge mit flachem Kopf, dass ich in die Nutte reinkomme. Mit den Fingern wische ich das so rein. Jetzt kann ich hier mit dem Kopf da rein. Okay, das werde ich so machen müssen. Nicht zu viel Druck, sonst bricht man das hier weg. Sinnvoll wäre es noch, wenn ich hier eine Leiste hinein lege. Oder hier diesen Keil. Diesen Keil stecke ich da hinein. Und jetzt kann ich richtig Druck geben. Und das lege ich jetzt wieder zum Ofen, lasse es 20-30 Minuten trocknen, schleife es drüber und man sieht nichts mehr. Dieses Teil ist jetzt auch trocken. Jetzt hier habe ich ja den Zapfen quasi erweitert. Das ist wieder stabil. Und hier schneide ich nach dem Strich das Kaputte weg und ersetze es durch etwas Neues. Hier schneide ich aber mit einer feinen Säge nach unten, also nicht mit der Schlittsäge. Denn sonst bricht hier was. Hier ist es wichtig, genau im rechten Winkel zu schneiden. Und auch so ist es wichtig, dass das wirklich ein schnurgerader Schnitt ist, dass der Leim überall hält. Wenn man nicht so genau schneidet, gibt man eben ein wenig PU-Leim hin. Obwohl bei PU-Leim bin ich nicht gerade ein Fan davon. Vor allem bei so Verbindungen. Wenn das so ist wie ein PU-Schaum, ich glaube der zieht ja etwas die Feuchtigkeit an. Und dann wäre hier im Zapfen immer Feuchtigkeit drinnen. Das ist glaube ich nicht das Optimale. Aber wenn es jemand besser weiß, bitte in die Kommentare hinschreiben. Ich habe mich mit PU-Leim noch nicht so extrem beschäftigt. Auf jeden Fall habe ich hier ein Stück, das ist genauso stark wie der Zapfen. Das werde ich mir jetzt hier anzeichnen. So brauche ich das. Die Länge kann ich auch gleich schneiden. Hier kann ich die Schlittsäge wieder nehmen. Immer sehr gefährlich, wenn vor der Hobelbank etwas liegt. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Das schießt man weg. Wenn jetzt hinter keine Wand werden ist, würde da jemand sitzen, würde das Teil. Das schneide ich ziemlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ich will jetzt nicht angeben. Aber es wäre extrem. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Diese MD-Platte hat ein Loch. So, die andere Seite von Zapfen, das habe ich schon angerissen. Jetzt habe ich das angeleimt. Und werde es jetzt hier anziehen. Das ist auch interessant. Da es ja ein Sägeschnitt ist, verdreht sich das gar nicht beim Leimen. Das heißt, die raue Fläche macht das aus, dass es quasi passt. Jetzt ist der Zapfen quasi schichtverlangt. Wie eine Dreischichtplatte. Nur läuft jede Holzrichtung in dieselbe. Das ist ja. Aber das sollte halten. Das habe ich euch auch noch nicht verraten. Wenn hier so Ecken sind, fahre ich mit der Zieglinge hinein. Und bei den Rundungen fahre ich mit dem durch, wenn Lackreste nach oben sind. Das geht mit dem sehr gut weg. Und dann bin ich einfach mit dem Schleifpapier nachgegangen. Jetzt sind einige Teile eingespannt, die ich so unter dem Schleifen gesehen habe, wo Risse, Brüche und so weiter sind. Das lasse ich jetzt trocknen. Dann schleife ich das auch noch fertig. Und dann werden wir grundieren. So, hier ist der Leim jetzt auch trocken. Das hoble ich jetzt bündig und das Profil hoble ich nach. Okay, hier bin ich bündig. So, jetzt bin ich hier bündig. Jetzt hoble ich das Profil an. Hier habe ich noch einen Vorstand. Das kann ich dann abschneiden. Falls beim Profil hobeln was schief gehen sollte, dann habe ich noch ein kleines Spiel. Hier schneiden ist nicht gut. Unten ist der Eisen. Also diese Kurbel. Wenn ich da jetzt durch bin und ich wieder rauf schlagen. Aber ich weiß nicht warum ich jetzt schneide. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt durchgefahren wäre und hätte er nicht aufgepasst, hätte ich hier auf das Eisen aufgeschlagen. Man muss manchmal auch ans Limit gehen. Jetzt ist dieses Teil auch wieder wie neu. Das muss ich noch schleifen. Und hier habe ich noch ein Problemfällchen.